Ich weiß, es ist safe, ich weiß, es ist safe. Ich werde es hier einblenden und mega süß. Makros X? Nein. Makros X? Makros M? Mein Name ist Riku. Willkommen zum neuen Anime Quiz. Heute geht es Runde 2. Das heißt, wir fangen wieder mit Japanisch an. Da werde ich wieder versuchen, die Japanischen nicht dazu erraten. Deswegen ist auch wieder meine tolle Frau mit dabei. Willkommen. Kurz zur Erklärung, wir werden wieder fünf Lieder abspielen. Diesmal aus den 2000ern. Aber wie dem es nicht so genau das heißt. Es kann sein, dass Animes vorkommen, die 1999 angefangen haben. Und dann halt bis in die 2000er oder auch bis heute noch abgespielt werden. Deswegen, wie gesagt, da bitte nichts zu genau nehmen. Einfach, dass da der Anime auch in den 2000ern noch gedreht wurde. So. Meine Frau spielt die Lieder ab. Ich werde natürlich nicht gucken, dass ich sie nicht sehe. Und ich werde versuchen, die Lieder zu erraten. Es wird, wie beim letzten Mal auch, zwei Tipps geben pro Lied. Runde eins ging ja an meine Frau. Hat meine Frau gewonnen. Noch mal kleiner Applaus. Senka Yusho. Danke. 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 Ich hoffe, dass ich dieses Mal mehr richtig habe. Letztes Mal drei Antworten gerade so. 2000ern. 2000er? Wie zeigt man denn 2000er? Und paar Nullen. Ich muss das. Ein Punkt. Kredit Nummer eins. Ich weiß es safe, ich weiß es safe. Jama, Majo, Jama, Doremi,じゃないですか? Ich weiß es nicht, aber ich weiß es nicht, es ist nicht so. Doremi? Jamajo, Jamajo? 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 Jamajo Doremi. Ja, das ist richtig. Ich habe das gleiche Lied auf Deutsch zu können. Ich habe das gleiche Lied auf Deutsch zu können. Mal gucken, ob ihr das rausbekommt. Das wird dann natürlich ein bisschen unangenehm werden. Mal gucken, ob sie das rausbekommen. Aber schon mal Punkt Nummer 1. Ich habe einen Pinten noch mitgebracht. Aber das ist einfach sehr leicht. Das ist eigentlich sehr leichtes Lied. Das ist einfach eins, weil es gibt es Deutsche auch. Ich hoffe trotzdem, dass ich es nachher nicht erkenne. Okay, weiter gehts. Ich liebe es. Ich habe so einen kleinen Mann in der Kleine gelegt. Ich habe mich in der Kleine gefordert, und das war der erste Mann, ich habe mir in der Kleine gefordert, und ich habe mir die Kleine gefordert. Ich habe mir die Kleine gefordert. Ich habe das alles. Es gibt ein Bild, da hat sich eine Frisur gemacht. Es gibt wie die Kinder. Da ist es, ich habe das kleine Kleine gefordert. Ich werde es hier einblenden und mega süß, mega süß. Ich zeige es dir. Okay. 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 Und Nummer 2. Heute wird alles richtig geraten. Heute 5 Punkte. Rollen wir uns. Okay. Lied Nummer 2. Kantanja. Ja, das ist eines meiner absoluten Lieblingslieder. Ich liebe es. Das ist von mein Lion, Tuiyukioku, de Macros, Macros, Macros X, Macros X, Macros X, Macros M, Macros, Macros L, Macros, Macros Nani, Macros Frontier. Ja, okay. Ja, okay. Ich muss ehrlich sagen, den Anime kenne ich gar nicht. Ich kenne den Anime 0. Ich kenne halt nur das Lied, weil es halt einfach Legende ist. Ich glaube, davon gibt es halt keine deutsche Version. Der Anime wurde mir auch zu mal empfohlen. Aber irgendwie komme ich da nicht rein. Aber das Lied selber, ich höre es so oft im Fitness, weil... Sabi, Sabi, Kikita. Jetzt kommt der Refrain und diese Stelle. Diese Stelle ist so geil. Ich liebe es. Das Lied ist so geil. Ich liebe es. Das ist so asozial. Das Lied ist so geil. Ich liebe es. Das ist so asozial. Es ist ein bisschen wie Gundam. Keine Ahnung, Gundam. Und solche Anime sind in Japan super beliebt. Ich habe es nicht gesehen, aber das Lied selber ist halt einfach zu geil. Ich kann es jeden... Also ich hoffe mal, das Lied gefällt euch genauso wie mir. Das Lied. Das Lied ist so geil. Das Lied ist so geil. Ich hoffe, es reicht auch. Ich hoffe, das Lied ist so geil. Okay, heute kann ich so viel zu tun. Jetzt ist es so schön. Oh, ich sollte doch nicht so weit aufreisen, weil jetzt kommt eine falsche Antwort. Dann ist es 3-Warte. Nummer 3. Das sagt mir gar nichts, das weiß ich gerade gar nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das Lied weiß ich nicht. Das Lied sagt mir jetzt gar nichts. Ich liebe diesen Lied. Hast du gehört? Natürlich. Hast du gehört? Natürlich. Wie ein Konen. Wie ein Konen. Nein. Für mich hört es sich ein bisschen an, wie ein japanisches Konen Lied. Aber offensichtlich nicht. Was ist das? Kennst du das Lied? Kennst du das Lied? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gehört habe. Mal schauen wir mal, ob ich Hinten möchte. Ja, Hinten. Hinten ist. 2000-jährige Anime. Das ist der beste Anime. Einer der beliebtesten Animes aus den 2000ern. Jetzt kommt der Refrain. Ich habe keine Ahnung. Hinten? Time Slip. Time Slip? Hat hier eine Ahnung? Ich komme nur. Ich weiß nicht. Time Slip? Was hat mit Zeit? Was hat mit Spuren zu tun? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich habe null Ahnung. Hinten? Das ist der Top 5-Anime. Inuyasha? Ja. Inuyasha? Ja. Inuyasha ist tatsächlich einer meiner 5 Lieblingsanimes. Und das Lied, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich kenne Inuyasha Lieder auf Deutsch, auf Japanisch. Aber das... Ich... 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 Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Der Tipp war einfach zu viel. Deswegen will ich es gar nicht als richtige Antwort akzeptiert haben. Ja. 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 Ich pase sie nicht. Ja. Nummer 4. Ich weiß es nicht, aber... Ich weiß nicht, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Wenn ich ihn mit der Inazuma unterteile. Das ist ja so ein Fußball-Anime. In Deutschland weiß ich gar nicht. Ich hatte früher ein 3DS-Spiel gespielt, das war cool, aber ich wusste gar nicht, dass es da ein Anime gibt früher. Als ich nach Japan gegangen bin, habe ich dann auch gesehen, dass da Animes gibt und alles. Und ich habe eine Folge gesehen durch meine Frau zusammen vor ein paar Monaten, aber ich kenne kein Lied, ich kenne gar nichts von Inazuma und deswegen, ich habe halt nur gehört, dass da jemand gesagt hat, Inazuma! Und deswegen habe ich gedacht, das kann nur Inazuma Eleven sein. Ja, das war ein Hinten. Ja, das war ein Hinten. Das ist ja wie in Deutschland, Sailor Move wird die ganze Zeit gesungen und dann wird hier halt Inazuma. Und deswegen habe ich es halt richtig erwartet. Ah, ja, meine Frau, also wakarun, ne? Meine Frau hat das in Kindheitstagen sehr, sehr häufig geschaut. Oh, sorry, aber ich habe das Animes-Openings- und eine andere Version gesungen. Hä? Das ist nicht original? Ja, das ist ja original. Aber es gibt eine andere Version. Ah, okay. Anscheinend gibt es irgendwie zwei Versionen und das ist jetzt irgendwie nicht die erste Version, die ausgeschaltet wurde damals, sondern irgendwie so eine abgewandelte. Sorry, ich habe jetzt gemerkt. Kein Problem, kein Problem. Wir haben es ja richtig erraten. Okay, jetzt kommt Nummer 5. Ah! Ah, Shiteru. Kashumo Shiteru. Ich kenne es, ich kenne es, ich kenne es, ich kenne es. Ich kenne das Lied. Wah, mir liegt es auf der Zunge, Mann. Mir liegt es so was von auf der Zunge, einfach. Wenn ich das nicht richtig antworte, dann haue ich mir selber ins Gesicht. Ich musste... So ein... Artist war Tabun. Chottomatsu. Der ist ein sauberühmter Sänger. Sakura circa. Chomatsu! 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 Willst du einen? Ja, ich will. Es gibt einen Realfilm. Es gibt einen Realfilm. Von so vielen Animes gibt es Realfilme. Keine Ahnung. Wie kommt ihr? Mein Freund ist Kiondai. Ah. Haga. Haga. Full Metal. Was ist dein Name? Shido. Ah, Shido! Shido. Okay. Also, krass. Full Metal Alchemist. Haga. Haga. Genau. Und ich muss sagen, der Anime selber ist geil. Ist ja auch ein bisschen in Deutschland, wenn ich richtig in Erinnerung habe. Und der Sänger, also Ben besser gesagt, Shido, Sid auf Deutsch, ist eine bekannte, sehr, sehr bekannte, Visual-K-Bandio. Ja, so des. Also, falls ihr Visual-K-Bands Musik hört, werdet ihr sicher die Band kennen. Auch eine der beliebtesten in Japan. Also, die Antwort ist, 5-4-4-4. Jaaa! Jaaa! Zenkaiuri, ist gut. Also, besser als das letzte Mal. 4. weil ich sehr zufrieden mit, auch wenn ich Inu-Yasha gerade Inu-Yasha Inu-Yasha nur Full-Kai-Des. Sollte einfach grösse ich dir. Ich war auch so... Ich habe gesagt, dass ich es in der anderen Seite einen Punkt geben wollte. Und wo ist das? Lion. Lion? Lion! Ich dachte, dass ich die Frontier nicht beantwortet habe. Anime ist nicht so. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es. 4. Okay. Das heißt, 4. Ich bin nicht unzufrieden. Ich bin nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden. Das war der erste Teil von Runde 2. Den zweiten Teil werden wir in ein paar Tagen hochladen. Und da gibt es dann die deutsche Version. Unbedingt einschalten. Ich bin nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden. Aber das war jetzt nicht zufrieden. Diesmal lassen wir sie nicht sehen. Die nächsten Videos auch. Hi. Beim nächsten Mal bitte einschalten. Das wäre es dann mit dem Video. Falls euch das Video gefallen hat. Lasst ein Like da. O da Tachi no naka mani nade. Und bis zum nächsten Mal. Bye bye. Bye. Bye 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 bye. Bye bye. Untertitelung. BR 2018